Hallo! Ich frage mich seit einiger Zeit, wie wohl die Hörnchen in der Arktis aussehen, wenn es die da gibt. Vielleicht so? So, Eskimo-Hörnchen vielleicht? Und wie könnten sie aussehen, wenn es sie in der Wüste gäbe? Vielleicht so? Scheich-Hörnchen vielleicht? Abdul-Ala-Horni? Keine Ahnung. Aber schreibt mir doch. Ich freue mich über Post. Tschüss!